So und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Aufnahme. Ich will nochmal gucken, ob das mit dem Flecken jetzt funktioniert. Ich habe jetzt ein bisschen was verändert. Ja, wie gesagt, ich habe eine komische Mining Turtle gebaut. Ich soll mich jetzt ein bisschen mal hier aufnehmen. Das war's. 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 das war's.